Oh, was ist das denn? Ein Geschenk? Nein, nur kein weiteres Computerspiel, bitte. Mal sehen, echt eine Hundeleine? Moment mal, wo ist denn der Hund? Oh nein, ich kann es kaum glauben. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Noch ein paar Meter, einige Minuten und wir sind da. In einem Tierheim? Ja, genau. Ich bekomme einen Hund aus dem Tierheim. Wie schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm, mein Lieber, du bleibst bei mir für immer. Willst du mein Freund werden? Die Antwort war doch klar und ich habe sie sofort verstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.